Auf Burg Eulenstein hauste seit uralten Zeiten ein kleines Gespenst. Erstes Nachts, wenn im Städtchen Eulenberg die Rathausuhr mitternacht schlug, erwachte das kleine Gespenst. Hä? Hä? Oh! Hallo! Ah! Frau Tarnoyer, ich hab ein Gespenst gesehen! Ist nicht so schlimm, Karlchen. Du hast halt sehr viel Fantasie. Jedenfalls gibt es keine Gespenster. Was wissen schon die Erwachsenen? Na klar gibt's Gespenster. Nach dem Weltbestseller von Ottfried Preußler. Einmal die Welt bei Tag zu erleben, das wäre mein größter Wunsch. Zunächst einmal halten wir das Uhrwerk an. Danach wird die Uhr wieder ans Laufen gebracht. Aber dann geht sie doch zwölf Stunden nach. Wie sieht es denn hier aus? Träumig, oder? Nein, es ist Tag! Es ist Heller Tag! Juhu! Das Gespenst! Oh, was ist denn jetzt passiert? Warum bin ich denn schwarz geworden? Bestimmt war das das Sonnenlicht. Sicher, dass das Ding darunter ist? Das ist kein Ding, das ist das Gespenst. Da! Da! Onkel Dada! Ich bin nicht Onkel Dada! Seit einer Woche taucht dieser sogenannte schwarze Unbekannte auf. Bitte, verrat mich nicht. Er muss auf jeden Fall vor meinem großen Auftritt verhaftet werden. Der schwarze Unbekannte. Wir schauen nicht so. Ich will es nicht. Es ist gleich Geisterstunde. Da will uns wohl jemand auf den Arm nehmen. Auf den Arm nehmen? Darf ich das mal ausprobieren? Ups! Das kleine Gespenst. Und immer dran denken. Es gibt keine Gespenster. Das kleine Gespenst. Ja, ich bin nehm. Das kleine Gespenst. Das kleine Gespenst. Vielen Dank.